Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschert. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Es ist nur die Frage, gewusst wie, ne? Hör auf mich zu verarschen. Dann werde ich fuchsig. Du dummes Sau. Du dummes Sau. So. Weil der Lettschert, musst du wissen, jetzt habe ich gerade hier so Sound und Mikro und dann stellt der Lettschert, hallo Podcaster, sich vor die Kamera und macht nur Lippenbewegung. Und dann werde ich natürlich fuchsig und wahnsinnig, weil ich denke, what the fuck, warum geht das jetzt nicht? Ich habe extra ein neues Kabel, so gar vier Daten vor. Du bist ja eine dumme Sau. Das ist aber ein schönes, das wäre noch nie eingefallene Gag in einem Webmeeting. In einem Webmeeting. Einfach mal nur die Lippen zu verringen. Am besten hast du so einen so einen hypernervösen Kollegen, der eh schon die Flatter hat seit Tagen, weil er irgendwie so einen für sich wichtigen Vortrag geben muss. Und dann hast du so einen Spaßvogel, der sagt, Günther, Günther. Und dann fängt es gefummelt am Kabel an. Warte mal, warte mal, Joachim, warte mal. Ich habe doch jetzt... Ich möchte keine Namen nennen. Das ist natürlich nicht. Ich darf natürlich keine Namen nennen. Aber ich kenne Unternehmen in Echborn, sage ich mal. Unternehmen in Echborn? Muss ich die kennen? Nee. Nee, du nicht. Ich habe es nur vom Hörensagen. Ich kenne sie natürlich kaum persönlich. Und da soll es auch Leute geben, die zu einer gewissen Nervosität neigen. Und wenn sie dann... Achtung, ich mache gerade die Kamera sauber. Und dann... Auch ein schöner Trick im Übrigen. Sehr schön. Auch ein schöner Trick. Die Kamera mit der Hand vor die Kamera gehen. Das sieht jetzt... Also original. Ich mache es gleich mal, damit du sie aufziehst. Und dann in aller Ruhe mal den Büropenis kratzen. Weil man kam nicht zum Duschen. Das war alles... Sehr schön. Sehr schön. Guck auch. Ach nee, das sieht man ja nicht, weil ich jetzt den Hintergrund eingeblendet habe. Was man im Podcast ja nicht sieht. Was mir zu dem Thema einfällt, was ich total spannend fand. Ich habe letztens eine Reportage über St. Pauli gehört. Und da hat eine frühere Sexarbeiterin erzählt, dass wenn man es nur gut genug anstellt, man den Geschlechtsverkehr mit der Hand, in die man den Penis des Freiers nimmt, so simulieren kann, dass er glaubt, er sei eingedrungen, es aber nie getan hat. Das ist mehr von deinem Privatleben. Achso, die war eine Doku. Nein, das war eine Doku, ja. War eine Doku. Ganz spannende über St. Pauli. Also St. Pauli der früheren Jahre. Und so gucke ich mir das sehr gerne an. Aber ich hatte das auch tatsächlich irgendwann mal irgendwo gehört, dass es da diverse Tricks gibt, um... Ja, ja, ja. Diverse Tricks gibt, um vor allen Dingen stark angedrunkene Freier der Geldbörse zu erleichtern, sage ich mal. Und dann machst du halt irgendwie... Und ich sage mal so, ab einer gewissen Promille merkst du das ja eh nicht mehr. Also gut, jetzt schon, aber klar. Ich sage mal so, wenn du erst mal ein paar Jahre verheiratet bist, läuft vieles unter Sex. Bitte. So, ihr Lieben, dann sage ich jetzt mal nach diesem kleinen Warm-Up ein herzliches Willkommen zu Schmetterlinge im Kopf. Dieses Mal wieder die Long Edition mit Stefan Erdlein vom Abseits-Podcast. Vielen Dank. Jetzt hat er sich schon... Vor allem mal wieder mit Monitoring-Kopfhörern und so. Ich war ja die letzten Tage. Ja, vielen Dank. Und ich darf natürlich den CEO, Geschäftsführer und Chefkoch dieses großartigen Podcast Schmetterlinge im Kopf in der Long Version recht herzlich bekommen. Jetzt bitte Applaus für Joachim. Jo, Letcher! Ja, mit 5000 Auflage und wir verhandeln schon mit Sponsoren. Ich werde bekloppt. Bitte? So gut geht es mir mit diesem Podcast. So gut geht es mir mit diesem Podcast. Ich sage dir was mit... Frag mich doch bitte mal, was ich trinke. Ich mache einen Wine-Tasting jetzt live. Oh, das sieht aber... Aber in so einem Trinkglas, ne? Ja, ja, ich bin ja so ein normaler Typ. Und zwar teste ich heute einen Weißwein vom Auftrittsort vom letzten Samstag. Oh! Ja, ja. Weingut... Achtung! Weingut Gérément. Oh, Gérément. Gérément. Schön winzig. Ja, ja. Und die haben uns eine Fläche mitgegeben. Und ich verköstige ihn gerade mal. Okay. Verkosten, sagt man, glaube ich. Oh, verkosten. Verkosten. Oder auch verköstigen. Na, verköstigen ist, glaube ich, wenn du ihn anderen gibst. Kann man nicht sagen. Also ist echt. Kann man nicht sagen? Also kann man nichts sagen, dass man nichts sagen kann? Ja. Ne, also ist gut. So eine schöne Tiefkühlpizza geht ja. Kann man nicht sagen. Und du auch? Ja. Kann man schön. Eine Mozzarella-Kräuterbutter habe ich gegessen. Kann man schön die Pizza runterspülen. Herr Letcher, wie waren denn die letzten Tage, Stunden, Wochen? Ach, naja. Ich frag's dich. Du bist ja sozusagen mit deiner Shakespeare-Inszenierung mit dem Herrn Fraunholz, ein lieber Kollege von uns beiden unterwegs. Null im All. Und in der Tat steht ja der Christopher-Street-Day an und wirst du jetzt natürlich zu Recht sagen, na, du hast da ja gar keine Aktien mehr drin. Aber in der Tat wurde ich gefragt und habe auch gerne angenommen, morgen zum Römer-Empfang nochmal eine Rede zu halten. Star Show. Ja, das freut mich sehr, weil das ist eine schöne Location. Ja, das ist ja eigentlich der falsche Ausdruck für den Kreisersaal. Und es werden aber auch meine nachfolgenden Pressesprecherinnen und Pressesprecher, es ist ein Duo, werden vorgestellt. Also danach geht's noch in eine Kick-Off-Veranstaltung, wie man ja heute sagt. Also ich glaube, das wird ein ganz schöner Abend. Aber das weiß man ja nie, das weiß man immer erst, wenn er vorbei ist. Aber wie, ist das jetzt die offizielle Übergabe oder wie muss man das verstehen? Nee, in der Tat nicht zwischen mir und den jetzt kommenden war ja ein anderer, der aber in der Tat aus verschiedenen Gründen aufgehört hat. Insofern ist es eine Übergabe, aber ich bin ja nicht mehr der Pressesprecher. Also insofern werden sie aber introduced sozusagen. Ah, aber es ist schon ein bisschen auch die, also schon ein bisschen, dass die dann quasi absolut, also die Zepter-Übergabe. So ist es, genau. Und mit, und damit würde ich fast mal zum ersten Thema kommen. Ja, ja, ja. Und mit von der Partie wird auch die Bürgermeisterin der Stadt Frankfurt sein, nämlich die Narges Eskandari-Grünberg, die ja verantwortlich zeichnet für das Amt für, oh, jetzt, ich glaube, soziale Integration. Da zuständig und natürlich damit im Grunde ab heute ja den Oberbürgermeister vertritt, der zwar noch nicht die Segel streicht, aber ja für den kommenden Januar die Segel zu streichen vorgegeben hat. Also er hat es zumindest angekündigt. Das ist ein Plan. Man weiß ja nie, wie lange der Ofen braucht, um heiß zu werden. Ja, aber sag mal, oder? Also ich bin mir nicht sicher, wie ich das finden soll, unser Peter Feldmann. Was meinen Sie denn dazu, Herr Hertlein, ein Oberhaupt dieser Stadt? Ich habe es mehrmals erlebt, eben durch den CSD, ich will jetzt nicht böse reden oder so, aber ich habe ihn tatsächlich auch nie wirklich viel sympathischer erlebt, als man ihn zurzeit erlebt. Ein schon recht egozentrischer, ich-getriebener Mensch. Ja, weiß nicht. Ja, es gab auch immer, glaube ich, so ein bisschen dieser Punkt der Selbstwahrnehmung, wie der Kosmos und der Space so drumherum ausschaut. Wenn der natürlich nur Speichellecker hat, die sich nicht trauen und er verkauft das quasi in seinem Kosmos und in seinem Kopf so, dass es irgendwie nur die böse Presse ist und die böse Bild und die Rundschau und die ganzen Linken und so. Aber, und ich finde es auch nicht verkehrt, wenn man das nicht von jetzt auf nachher macht, sondern wenn man jetzt also nicht beim ersten Windchen oder beim ersten Sturm sagt, ich lasse jetzt alles stehen und fahren und liegen und verlasse den Posten. Dafür, also ist ja auch so ein Vorlauf für so eine Politikerkarriere, der braucht ja auch ein paar Tage, bis er dann diese Position innehat. Also ich verstehe dann schon, dass man sagt, ich möchte das nicht von jetzt auf nachher einfach fallen lassen, wenn ich da 10, 20, 30 Jahre versucht habe, irgendwie eine höhere Position einzunehmen. Nichtsdestotrotz ist eine Straftat eine Straftat. Und da muss dann einfach, also da ist dann für mich auch der Punkt, da zu sagen, okay, wenn du, und das fing ja schon an mit seiner Frau, die ja dann irgendwie, die dann ein höheres Gehalt bekommen hat, wie die, was für eine Vereinigung ist das hier, diese? Die AWO. AWO, nicht die Schufa, die AWO. Du, da kriegst du keinen Ford-Fokus. Da kriegst du einen Mercedes. Also kurzum, da muss dann einfach ein Punkt da sein, wo du selbst als erwachsener Mensch sagst, okay, ich glaube, das war jetzt einer zu viel, aber der hat sich da so herumschlappelt. Und dann ist es irgendwann so ein bisschen so ein nackter Kanone-Moment, wo du sagst, der betritt die Bühne und denkst, ach herrje, und dann der Pokal. Und dann hört es ja, dann kam ja auch, also da war ja auch die Phase dazwischen, es war ja eine Leihung, Reihung und Kettung. Und dann hast du das mit dieser Ansprache im Flieger und dann das mit dem Pokal. Oh, jetzt mit dem Pokal, mach mir doch wurscht. Jetzt bin ich abwürgt, ja, ja. Ja, aber irgendwann, und spätestens dann, wenn ich das Gefühl habe, die haben alle keinen Bock mehr auf mich, dann gehe ich. Also weißt du, das ist ja auch immer so ein Gefühl, so ein Ehrgefühl zu sagen, du sitzt da in deinem Büro, in deinem Römer, und du hast das Gefühl von zehn Leuten, die am Büro vorbeilaufen, finden 9,50 Kacke und das wahrscheinlich auch zurecht. Dann halt doch mal kurz in dich, geh mal ein Wochenende ins Kloster und dann wirst du vielleicht merken, ich lasse es bleiben. Es hat ja keinen Sinn. Nein, es ist ja in Vietnam jetzt, ne? Man munkelt ja, na, egal, was man munkelt. Ich finde, er reiht sich halt so ein bisschen unangenehm, und damit will ich ihn damit nicht vergleichen, schon gar nicht vom Amt her. Aber er reiht sich so ein bisschen unangenehm in so einen Trumpismus ein, in so einen Boris Johnsonismus, der ja wirklich auch die Gesetze übertritt, wann es sich anbietet und einfach nicht geht. Und ich denke mir halt, ich denke mir halt, man kann ja von einem nicht politischen Menschen mittlerweile gar nicht mehr verlangen, dass er sich an Verträge hält, wenn diese ganzen Arschlöcher es nicht tun. Also wenn ein Boris Johnson einfach mal sagt, was interessiert mich denn unser Vertrag mit der EU? Ich habe gerade Probleme innenpolitisch, mache ich alles nicht. Wenn Trump sagt, was ja nun wirklich die Spitze ist, was interessiert mich denn, dass mich die Amis nicht mehr wollen? Ich gehe einfach mal hart gegen sie vor und habe damit ja auch einen Keil in die Gesellschaft getrieben und nicht nur in die amerikanische. Und dann kommt da irgendein, ich sage mal so ein, ja, dann kommt dann Peter Feldmann daher. Und wie du sagst, im Grunde geht es ja gar nicht mehr darum, was da jetzt und warum da jetzt, sondern es geht darum, 9,5 Menschen von 10 finden Mobbing gut. Und er klebt da in seinem Stühlchen und was soll denn das bis Ende Januar? Weißt du, wenn er noch gesagt hätte, pass mal auf, im Dezember mach mal. Genau. Mann, 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 Mann. Und dann verkauft er es noch wie, ich möchte mein Büro irgendwie, mein Schreibtisch ordentlich übergeben und sagst, es ist doch jetzt gut. Was willst du denn jetzt das halbe Jahr? Lass doch jetzt einfach irgendwie, also der, der dann kommt, der wird es auch so schon irgendwie auf die Kette kriegen, weil Frankfurt ist ja jetzt nicht fucking New York. Ich muss noch mal saugen. Gehe ich noch mal mit dem Lappen bei. Ich habe da so einen Rotweilfleck auf dem Teppich. Das macht mich fertig. Der muss vorher. Ja, und dann genau, dann hast du. Und dann auch immer dieses, was mir dann auch missfällt, ist einfach dieses Pseudo-Selbstbestimmte. Also nicht sagen, ich höre noch mal aufs Volk oder ich höre noch mal auf den Bürger, auf die Bürgerin, ich höre noch mal auf die Parteikollegensolge. Ich bestimme dann für mich zu sagen, okay, also am 26. Januar 2023 gehe ich. So, vorher nicht. Naja, da war vielleicht auch ein bisschen das Kalkül dabei, dass die CDU und auch der Rest jetzt ihren Antrag zurücknehmen, mit dem er dann abgewählt worden wäre, also jetzt nicht de facto, sondern ein Abwahlverfahren eingeleitet worden wäre. Und ich glaube, das Problem, dass jetzt natürlich die Opposition, also wobei ja auch die SPD zu seiner Opposition mittlerweile zu einem großen Teil gehört, dass die Opposition sich jetzt natürlich überlegen muss, okay, was machen wir? Sagen wir, pass mal auf, wenn du am 30. Januar dann sagst, nö, jetzt gehe ich doch nicht, stehen wir wieder doof da, wir ziehen das mal durch. Das bedeutet aber, wenn sich da keine 30 Prozent Frankfurter einspannen lassen und von denen dann auch keine 50 Prozent oder 51 Prozent sind es ja, glaube ich, oder ist zwei Drittel, ich weiß es gar nicht, aber ja auf jeden Fall 50 Prozent mal sagen, okay, wir wollen ihn tatsächlich nicht mehr, dann besteht natürlich die Gefahr, dass er sagen kann, tschau. Freunde. Dann lassen wir das auch mal mit dem 30. Januar. Ja, Carnaval in Rio. Ich habe übrigens, ich habe 24 gesagt, 24 gesagt. Oh, Entschuldigung, der 24. Nee, wir hatten das mal, wir hatten, vor 15 Jahren war ich ja mal mittelmäßig erfolgreicher Verlagskaufmann in so einem kleinen IT-Fachverlag und dann gab es irgendwie tatsächlich den Moment, ich glaube, das war irgendwie auf der Weihnachtsfeier, Samstags Weihnachtsfeier gehabt und es war ein inhabergeführtes Unternehmen mit so 100 Leuten, Weihnachtsfeier und der Chef sagt irgendwie ganz großspürig, natürlich schon leicht einem Tee, ja, glaube ich auch, wir haben einen Joint gezogen, sagt dann, und wisst ihr was, Leute, und nächste Woche, also am, was hat er gesagt, am Freitag, habt ihr alle frei, alle frei, alle frei, wuhu. So, und natürlich Party, 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 Montag im Büro, Kick-Off-Meeting und dann irgendwie sagt der erste, ja, wie sollen wir dann eigentlich einen Urlaubsantrag ausführen? Was? Nee, wegen dem Freitag, weil wir alle frei haben, oder? Was? Habe ich nicht gesagt. Du hast doch, das habt ihr alle gehört. Nein, 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 müsst ihr da arbeiten, wenn ihr frei macht. Und das ist halt auch so eine Situation, wo du sagst, irgendwie, und dann auch dieses, also zum einen dieser Punkt zu sagen, das bringt doch dann auch nichts, wenn du dich dann auch hinstellst und sagst, naja, ich habe ja auch Gutes gemacht und dann das Ticket und die Schulen und die Schwimmbäder, wo du sagst, ja, aber, weißt du, also halt das mal in Relation, also es ist ja absolut. Welches Ticket hat er denn gemacht? das Rentner, 350. Ja, irgendwie sowas. Du sagst, ja, das ist schön und gut, aber du kannst das ja nicht miteinander aufwiegen und dann ist halt wirklich für mich auch der Punkt zu sagen, und dann darfst du dich nicht wundern, also gerade wegen den Herren, die du aufgelistet hast, dann hast du halt einfach das Thema Politverdrossenheit und dann hast du wieder dieses Thema Nichtwähler, wo du sagst, ja, irgendwo kommt das her. Irgendwo kommt es her. Wäre so schön, wenn mal jemand sagen würde, hey Leute, war echt doof, ich glaube trotzdem an meine Unschuld, aber lass das mal die anderen entscheiden und bis dahin gehe ich weg. Kommen wir mal zum nächsten, der ja auch ein bisschen Scheiße am Schuh hat, Finn Kliemann. Oh, 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 Finny Boy, ein bisschen, ein bisschen wieder raus aus der, aus den Schlag, aus den Hauptschlagzeilen, würde ich sagen. Ja, na gut, ich lese natürlich immer auf Instagram mal, mal die Klimaansland-Kommentare, die, die sich mittlerweile, die sich mittlerweile schon auch in Grenzen halten, weil die sich auch ein bisschen von ihm, ja, zumindest offiziell abgewendet haben. Was mir daran in erster Linie mal nicht passt, ist, da kommentieren Leute, die haben in ihrem Leben keinen Pfund auf die Beine gebracht. Also, wir haben wirklich. Aber erklärt doch bitte gerade noch mal für die, die es jetzt nicht auf dem Schirm haben, was wer oder was für ein Klima ist, beziehungsweise was er Großartiges gemacht hat. Spannenderweise kannte ich ihn überhaupt nicht, bis ich die, bis ich die Doku Hausboot gesehen habe und da geht es darum, sehr, sehr sehenswert, läuft auf Flixbus, sehr sehenswert, genau. Ach nee, wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen, läuft auf Netflix, genau. hallo, Netflix, besuch uns von Sorgen. Da läuft im Übrigen jetzt auch eine neue Serie mit Bjarne Mädel ein Prequel oder ein Sequel, sagt man glaube ich, aus How to Sell Trucks Online. Ich bin sehr, sehr gespannt, aber groß. Und Kliemann hat da mit Olli Schulz ein, ich glaube, zwei- oder dreiteilige Doku, die haben das Hausboot von Gunter Gabriel gekauft und haben dann, also wollten das so ein bisschen, ich brauche mehr Geld. Richtig. Komm unter meine Decke. Das ist jetzt aber kein Liefer, doch, ich dachte, du wolltest noch mal privat werden. Bitte. Und dachten, wir renovieren das mal so ein bisschen und dann machen wir da Veranstaltungen und es hat sich dann auf jeden Fall rausgestellt, das Ding war totaler Schrott und sie haben im Grunde eins nach dem anderen weggeschmissen und neu gebaut und das hat ein irrsinniges Geld gekostet. Und da habe ich den Fynn Kliemann das erste Mal gesehen, ich wusste gar nicht, was der so macht und dass der angefangen hat mit irgendwelchen Selfmade-Videos und so weiter. Und dieser Fynn Kliemann hat ein Riesenareal irgendwo gekauft und da kann man ach irgendwie alles machen um die Ecke furzen und Kliemanns World oder irgendwie sowas. Kliemanns Land. Kliemanns Land und das ist ja freigeistig und so ein bisschen so eine verkappte Ibiza-Hippie-Kommune, wo jeder und es wird alles selbst angebaut, auch das Essen und so, ja. Ja, und man kann mit den verrücktesten die verrücktesten Sachen machen mit irgendwelchen selbstgebauten Fahrgeschäften und so. Also das sieht ganz witzig aus, genau, wer es mag. Und dieser Kliemann hat sich eben mit Masken verhoben. Ja, so kann man es auch sehr freundschaftlich. Die sollten in Europa hergestellt sein und viele davon waren nicht in Europa hergestellt und hin und her, also wollen wir gar nicht bewerben, will ich gar nicht bewerten. Ich bin mir bei ihm echt nicht sicher, weil auf der einen Seite finde ich, die Hater gehören, glaube ich, größtenteils zu den Leuten. Also, oder nochmal anders gesagt, wenn da jetzt wirklich einer kommt, so ein Selfmade-Man, der sagt, hier, pass mal auf, ich habe diesen ganzen geilen Scheiß auch schon gemacht, den der Kliemann gemacht hat, nur ohne Lügen, dann sage ich, okay, ja. Wenn da aber echt jemand kommt, der nichts anderes macht, als den ganzen Tag in seinen Instagram-Account zu schauen und irgendwie Gülle zu verbreiten oder ständig seine Meinung zu Themen abzugeben, zu denen er nicht gefragt wurde und das auch in einer moralisch wirklich super sauren Art und Weise, dann bin ich schon fast wieder ein Finn-Klimann-Fan und denke, Leute, bringt doch endlich, bringt doch erst mal selbst in eurem Leben irgendwas auf die Reihe. Vor allem diese Gehässigkeit immer, das ist immer das, was ich so ein bisschen, ich meine, Social Media und Web und Internet und so, brauchen nicht drüber reden, aber dieses sich hinstellen, also, sich die Mühe machen, auf die Seite von Finn-Klimann zu gehen und dort was zu kommentieren, was für ein Geist bist du da? Also, dann sagst du, meine erste Reaktion ist, ich kannte den vorher nicht, meine zweite Reaktion ist, ich ignoriere den einfach, also, ich werde nichts von dem konsumieren, ich werde mir keine, keine Musik bei Spotify anhören und keine Doku und kein Buch und nichts was der, so, und dann ignoriere ich den und dann hat der schon mal wirtschaftlichen Schaden und das tut dem wahrscheinlich am meisten weh. Aber dann diese, ich habe mir dann auch mal so ein bisschen, weil ich kannte den halt vorher auch nicht, diese Kommentare angehört und dieses mit dem Zimmer, mit dem Zimmer, ja, mit dem Türrahmen auf andere zeigen, mit dem Finger auf andere zeigen, das ist halt einfach eine Kultur, eine Art und Weise, wo ich sage, wer braucht das denn jetzt? Also, ignoriert den, er hat da irgendwie, und es ist auch ein bisschen dieser Punkt zu sagen, ja, dann werf halt den ersten Stein, also dieses irgendwie. Ja, also, ich fand es sehr schön, was Olli Schulz dazu gesagt hat, weil Olli Schulz, Olli Schulz kennt ja beide gut, also Böbermann und Kliemann und er hat ihn jetzt gar nicht groß, aber er sagt eben auch, er findet, wie wir mit Menschen umgehen, auch durch die sozialen Medien, mit Menschen, die Fehler gemacht haben, ist nicht so ganz richtig. Ja, aber auch wie der Böbermann darin badet, irgendwie dieses Pseudo-Investigativ, was der, das war ja ein Special von, glaube ich, 20 oder 30 Minuten und was das, das war ja wie ein Theaterstück inszeniert. Naja, das macht er ja immer. Ja, aber die Art, also das war, das ist ja ein Aufwand zu sagen, du kannst doch das irgendwie ein bisschen weniger medial machen, ein bisschen weniger reißerisch. Es ist so ein bisschen die Live-Bild-Zeitung oder die gesprochene Bild-Zeitung zu sagen, das kannst du auch alles ein bisschen mit mehr Stil machen, aber dann wird da vorgefahren, wir haben gefragt. Und da sagst du, ja, ja gut, ja, was halten wir denn von Böhmermann? Hm. Also mir kommt er so ein bisschen sehr gutmenschlich im negativen Sinne daher. Ich sag mal, vier von fünf Sendungen sind wirklich unglaublich an den Haaren herbeigezogen. Also, ja, da werden irgendwie, ich sag jetzt mal, Großindustrielle dargestellt, weil sie so reich sind. Wo ich dann denke, also Herr Böhmermann, da brauche ich jetzt, oder die Dr. Bestzahnbürste hat nicht die Biegung, die sie braucht, oder was weiß ich. Und Schrei, und Schrei, und Aufschrei. Ja, also da ist vieles wirklich wahnsinnig uninteressant, auch unglaublich bekannt. Ich fand im Übrigen sein Ziegenficker-Gedicht völlig daneben und wenn du mal schaust, was dieses Gedicht bewirkt hat, eigentlich nur Scheiß. Also es hat nur Mist bewirkt. Es ist weder, weder ist ein Erdogan weg, noch ist in der Türkei die Menschenrechtsliebe ausgebrochen, noch ist unsere Pressefreiheit hat sich in irgendeiner Form komplett daneben und hat 0,0,0 bewirkt, außer dass es Krisen ausgelöst hätte, die man einfach nicht gebraucht hat. Wenn es in dem Maße auch was bewirkt hätte. Aber da kommt auch überhaupt keine Selbstkritik, dass man sagt, hey, passt auf, wir wollten eigentlich, wir wollten da eigentlich mit diesem Gedicht was bewirken, aber dann so diese Selbstbeweicherung, ja, Beweihräucherung, ja, wir wollten ja Pressefreiheit aufzeigen. Ach, einen Scheißdreck wolltet ihr. Wolltet ihr einfach ein großes Fass aufmachen, das ist euch fürchterlich entglitten. Aber dieses Thema Selbstbeweihräucherung, das finde ich auch bei, bei, also ich bin diese ganze Mischpoke mit Olli Schulz und mit, mit, mit Joko und Klaas, das ist mir alles zu viel Selbstgefeierer. Also ich, ich vermisse da so ein bisschen, ist ja auch völlig okay, dass sie da ihre eigene Hand schrückt haben, aber mir fehlt so ein bisschen dieser Harald-Schmidt-Spirit, also dieser, dieser Spirit von Harald-Schmidt mit dem Augenzwinkern, mit dieser, dieser Late-Night-Spirit, dieser Letterman-Spirit, diese Coolness zu sagen und nicht, hey, Skanta, du sagst, ja, ich habe auch das Gefühl, also gerade der Böhmermann bei Schulz, das war Niveau. Ja, 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 das ist das Niveau und einfach mir, mir fehlt beim Böhmermann auch das Gefühl, er hat seine, seine eigene Rolle mittlerweile in der Medienlandschaft gefunden, das hat er nicht, du wusstest immer, ich wusste immer so mehr oder weniger, was der Raab mir bietet, ich wusste ungefähr oder weißt du ungefähr, was Joko und Klaas mir bieten oder dieser ungewaschene Olli Schulz, aber ich weiß nie genau, weißt du, was will Böhmermann von mir, ist der, ist er Mainstream oder ist er ZDF Neo, ist er Studi oder ist er investigativ, und mir fehlt dieses Authentische, ich finde es nicht authentisch, ich finde, ist er Journalist, ist er investiv, also ist irgendwie alles so halb geboren. Böhmermann ist irgendwie so ein Kind, das ständig um den Erwachsenentisch rumkreist und anderen so einen Furz in die Ecke stellt und sich dann die beschreut, dass er die Leute entlarvt, weil sie riechen können. Du sagst irgendwie, also vor allem, ich finde es auch so eine Respektsfrage zu sagen, der hatte zwei Stunden vorher, hatte der den Kliemann bei sich zum Gast am Best Buddy und hat sich auch so ein bisschen in diesem Kliemann-Glanz gebadet und dann haut er den so, ich verstehe das und finde es auch gut, aber es war jetzt nicht so, dass man das so aufblasen musste. Also es war jetzt keine, es gibt, weiß Gott, andere, die sagen, ja, das hat er ein bisschen scheiße gemacht, aber das ist in einem anderen Rahmen, aber jeder versucht, seine Kronen, seine Groschen beisammen zu haben und dann hat er halt mal irgendwie Kleber, wo du sagst, ja, was ist jetzt kein Grund, deine halbe Stunde ein Megaspecial draus zu machen? Und so, ja, gut. Also ich sag mal, ein Donald Trump ist ein Mensch, der prinzipiell ein Gangster ist, fertig. Und das ist ein Kliemann, ist ein Kliemann schlicht und ergreifend nicht und ich nehme ihn sogar ab, dass er da, dass er da verpeilt war und tralala, das weiß ich alles nicht mehr, auch wurscht am Ende, aber ich sehe das genauso, Böhmermann macht halt wirklich aus, aus den, ja, teils auch wirklich berechtigt angeprangerten Fehlern, anderen zieht er da halt seinen, seinen Dings, seinen Wert und kann, und kann, kann halt medial seine Redaktion, der hat ja eine vermutlich eine rechtliche Redaktion, die könnte er halt gut mit umgehen. In der Tat, also ich finde es, ich finde es schwierig. Ähnlich im Übrigen, ähnlich im Übrigen, äh, Documenta. Oh, 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 das wollen wir auch gar nicht groß vertiefen, also jede Form von Diskriminierung ist doof und ich kann das auch alles gar nicht so wirklich, äh, beurteilen. Ähm, ich verstehe 105% der Kunstwerke auf der Documenta sowieso nicht. Und ich glaube, bei allem, was es da gibt auf der Documenta, darf ich mich dagegen lehnen oder ist das Kunst? So, also, ich hätte da glaube ich große Schwierigkeiten, da irgendwie, den richtigen Dings zu finden, aber es ist, und ich glaube, Entschuldigung, nee, sag. Nee, ich habe auch immer das Gefühl, es ist einfach nur eine einzige Werbemaßnahme und es ist alles untereinander abgesprochen und es wird nur gefragt, welches Land diesmal irgendwie, aber es wirkt wie, lass uns bitte nicht irgendwie alle fünf Jahre, da muss der Marketing-Technik echt ein bisschen hochfahren und dann ist halt irgendwer, der angepisst ist und irgendeiner, der angeklagte ist, aber ich empfinde das als eine große Werbemaßnahme, dass man sagt, ah, es ist wieder Documenta. Ja, vor allem ohne Documenta geht natürlich auch wirklich kein Schwein nach Kassel. So ist es wirklich. Ich war einmal zwangsgezwungen auf der Documenta, nein, nicht gezwungen, aber mit der Klasse, das ist 50 Jahre her, nee, 40 Jahre her ungefähr. Und da kann ich mich nur erinnern, da war, ich glaubte, da lebte Beuys noch, ich vermute es mal stark, auf jeden Fall war, war ein irretives Loch von Beuys irgendwo gegraben, ich glaube, ein Kilometer oder 1500 Meter oder waren es 15 Kilometer, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, gut, mehr wollte ich auch über die Documenta gar nicht sagen. Aber das ist auch hier, das ist wirklich jedes Mal so, wenn man, wenn dann die Nachricht kommt, das ist wieder Documenta, dass man sagt, es gibt irgendeine Synapse im Hirn, die sagt, warum eigentlich Kassel? Ja gut. Du sagst, hä, warum eigentlich Kassel? Die Frage wurde mir noch nie beantwortet, warum Hotspot Kassel? Warum wandert diese Ausstellung nicht? Was macht Kassel? Was macht Kassel richtig? Wahrscheinlich ist es der Cousin vom Feldmann, der sich irgendwie... Wo soll die denn hinwandern, du liebe Zeit? Ja, was soll das? Du meinst, Ausland oder irgendwie nach Rio de Janeiro oder irgendwo gestürzt und warm? Ja, Deutschland gibt doch jetzt nicht seine, 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 seine Dokumenta ab. Ja, aber Kassel hat es doch nicht erfunden, oder? Hat Kassel die Dokumenta erfunden? Ich vermute mal, also Kassel vielleicht nicht, aber jemand, der dachte, Kassel sei gut. Der Kasseler Bürgermeister wird jetzt nicht vor 100 Jahren gesagt haben, aber könnte man eine Dokumenta machen? Ich weiß es nicht. Der wird wahrscheinlich... Also wenn ihr, wenn ihr jemals in Kassel sein solltet und wenn ihr jemals auf der Dokumenta sein solltet und ihr seht jemand, der durch die Gegend rennt, dann wisst ihr, das ist der, der verfolgt wird, weil er gesagt hat, Kassel ist ein schöner Platz für die Dokumenta. Der wird heute noch Tag und Nacht wieder durchs Dorf getrieben. Kassel ist ein schöner Platz. Herr Dr. Letzjot, ich hätte noch eine Personalie, die ich unbedingt mit Ihnen besprechen möchte und Sie müssen mir erklären, wieso, weshalb, warum. Super, mega, super, duper Star Habeck, was macht der Mann richtig? Ach, nicht viel. Na ja gut, ich glaube, in seinem Ministerium hat er im Moment ziemlich Kirmes, also das, ich weiß nicht, ob man da was besser machen könnte, als das, was er tut. Ich weiß ja gar nicht genau, was er tut. Ich vermute mal Gas beschaffen und LNG-Terminals bauen. Schon am Anfang. Was er, glaube ich, sehr richtig macht, ist, dass er zumindest in seiner Ansprache an die Menschen eine Ernsthaftigkeit vermittelt, will heißen, ich, ich, ich habe keinen Bock, dir da jetzt groß was vorzumachen, sondern ich sage einfach, wie es ist. Ich sage, wie ich sehe und, ich, ich traue dir auch zu, dass du auch doofe Nachrichten irgendwie annehmen kannst. Ich versuche da erst gar nichts zu beschönigen und, er macht das vor allem nicht in diesem typischen gelackten Politikersprech, sondern ich habe das Gefühl, dass er die Themen in der Tat gut, ehrlich und, und auch unkonventionell anspricht und vor allem es auch tut. Also, er ist nicht nur telegen oder, oder videogen oder wie auch immer man es nennt. Also, er kann nicht nur gut sprechen und ist ja auch Philosoph, schreibt Kinderbücher und all so Sachen oder verlegt Kinderbücher. Ja, genau. Er hat, er hat da kommunikativ den komplett richtigen Dreh raus. Ich finde ihn gut. Du bist auch ein Habecki, ja, ne? Naja, so will ich es nicht sagen. Auf der anderen Seite hast du einen Scholz, der auf die Frage, wie sehen die Sicherheitsgarantien aus, können, können sie da was zu sagen mit einem, die einen sagen, Hanseatischen, ich würde sagen, ja, dümmlichen Lächeln sagt, ja, könnte ich. Ja, wenn ein Staatsmann wäre, hätte er gesagt, ja, das könnte ich schon, aber wissen Sie, das ist im Moment ein bisschen schwierig und lalala. Das hätte der Habeck gesagt. Der Habeck hätte gesagt, ja, das könnten wir tun, aber ich will da jetzt nichts unabgesprochen sagen und ich kann das verstehen, dass Sie das wissen wollen, aber Sie müssen uns noch ein bisschen Zeit geben und auch auf die Frage, es ist ja im Moment scheinbar ganz schlimm, dass man sagt, wir sollen, wir sollen Energie sparen und auf die Frage, der Habeck hat ja viele Tipps gegeben, ob er Scholz auch welche hat, guckt er und lächelt wieder, als wäre das total nö. Und da finde ich auch, hätten Kanzler sagen müssen, ich kann und will da jetzt keine Energietipps geben, in erster Linie müssen wir uns auch darum kümmern. Das war dann ja die Lesart von seinem Schönredner, vom Vorsitzenden der SPD, dem Klingbeil, dass er gesagt hat, ja, er wollte damit ja nur sagen, dass die Regierung sich darum kümmern muss und nicht das Volk. Nein, das stimmt nicht. Das Volk ist der Staat und natürlich müssen wir einfach gucken, dass wir mal einen Grad weniger duschen, weil das einfach pro Tag auch wieder eine Million Kubikmeter Gas spart. Wir müssen halt mal gucken, dass wir nur mit 110 und nicht mit 150 fahren, weil das einfach wieder eine Million Liter Sprit spart. Dass wenn das eine Million Leute tun, spart das einfach ein Arschvoll Dings. Und warum soll denn ein Volk nicht dafür verantwortlich sein, mitverantwortlich sein, dass Energiepreise, dass Energieverbrauch sinkt und dann einfach zu sagen, nö, finde ich unglaublich boniert. Und ich habe keine SPD gewählt, aber ich werde es auch in der Zukunft nicht tun. Weil du bis irgendwann rauskommst, dass Scholz in Kassel geboren wurde. Danja. Danja. Meinst du? Man nennt Olaf Scholz auch den Kassel der deutschen Politik. Den Kasseler. Ja, absolut. Also das ist wirklich, es ist, vor allem ich könnte bisher noch nicht wirklich sagen, was er irgendwie, also was er, so ein bisschen für mich auch wie der Böhmermann, was genau macht der Scholz da eigentlich? Also er ist immer körperlich da, aber wie auch sich, wie dann so durch die Pressekonferenzen und so, also ich könnte jetzt keinen Satz wiedergeben, den er zu irgendeinem Thema gesagt hat, wo ich sagen könnte, okay, dieser Satz ist mir wirklich hängen geblieben. Oder da hat er mich irgendwie berührt oder gecatcht. Oder da sage ich, okay, bei dem Thema, da ist er zu Hause. Und es gibt ja momentan ein, zwei, drei Themen, die man irgendwie bearbeiten könnte. Und dadurch glänzt Habeck natürlich noch ein bisschen mehr, weil er natürlich das, was er da bei Insta, diese Videos, diese Erklärvideos sind echt nicht verkehrt. Und sehr klar, sie werden auch krass gefeiert bei Insta und er macht es irgendwie sehr klar und sehr deutlich und sehr authentisch. Naja, die Grünen, ich hätte zum Beispiel auch der Annalena Baerbock, die hat sich da doch wirklich auch, glaube ich, ganz gut reingeschafft. Ich musste sehr schmunzeln, als sie mit meinem Vorderkirchen Lavrov sprach und er ihren Wodka anbot, den sie abgelehnt hat. Und daraufhin sagte der Lavrov wohl, also es wäre schon Usus und würde schon für eine gewisse Stärke sprechen, da jetzt mal mitzutrinken. Und daraufhin sagte sie, sie hätte zwei Kinder geboren, sie wüsste, was Stärke bedeutet. Und da ist der alte Dobermann wahrscheinlich erstmal kurz unter seinem Vodka zusammengebrochen, der kleine Massenmörder. Ja, so ist es halt. Was wagt sich? Anderlema? Was ich auch nochmal sagen wollte, auch ein schönes Thema, was irgendwie, ich habe es, glaube ich, in der FAZ gestern gelesen auf Seite 412, Politiker-Leben-Einkünfte, ja, war so richtig. Nicht schlecht, gell? Ja, also so richtig interessieren tut es irgendwie keinem. Also sie müssten eigentlich allemal, aber keiner will so richtig, wo es das irgendwie. Ja, weil sie müssen ja ihre Nebeneinkünfte, glaube ich, bekannt geben, oder? Eigentlich schon, aber dann fragt die Presse nach, und dann heißt das, naja, aber dann wird das bekannt geben, erst nochmal geprüft, und es soll irgendwann, Ende des Jahres, so eine Auflistung erscheinen. Das heißt, die verdienen da weiter fröhlich ihr Geld, aber so richtig, also auch im Internet, auf der Seite vom Bundestag, kriegst du nicht viel raus von den Nebeneinkünften der Politiker, obwohl eigentlich abgemacht ist, dass es rausgehauen werden soll, aber von keinem weiß man es gerade so richtig, und es wird halt geprüft, und die Prüfung wird dann auch nochmal geprüft. Das heißt, das ist ja auch... Ja, es ist in der Tat ein bisschen, es ist in der Tat, ja, also das sind alles so Dinge, finde ich, die eben dazu beitragen, dass man Politik nicht mehr ernst nimmt, obwohl es viele Politikerinnen und Politiker gibt, die das halt ernst betreiben, und die das sicherlich auch gut machen. Wo ist Philipp Amther, wenn man ihn braucht? Der frackt in Mecklenburg-Vorpommern gerade Gas. Da muss doch was drin sein, das gibt es doch gar nicht. Das lasse ich mir von Ihnen auch nicht sagen, lieber Al. Also wirklich, also es gibt quasi keine bessere Versüßung der täglichen Mittagspause als Videos aus dem Bundestag von Philipp Amther. Das lasse ich Ihnen von Ihnen nicht sagen, da kann ich Ihnen nochmal was sagen, werden Sie nochmal gucken, können Sie nochmal 413 im Bundesgesetzbuch, da hatte ich Ihnen, und das werde ich Ihnen und Ihrer Partei auch noch irgendwie vorhalten. Danke und auf Wiedersehen. Ach, Herrje. Was hat er denn für einen Schlipper an? Und der ist auf jeden Fall zu eng. Ich vermisse ihn. Wo ist er jetzt? In einem Chefsessel von irgendeinem, in irgendeiner Lobby ist er. Ach ja, Gott, er wird sich sagen, gut, dann verdiene ich halt, ich glaube, im Bundestag ist er ja noch, da ist er, glaube ich, auch direkt raus, reingekommen. Aber er sitzt nur noch und darf keine Reden, glaube ich, noch halten. Ja, wahrscheinlich neben Herrn Laché. Oh, ach, schau. Marvin, und was warst du so? Doch, ich fühle mich eigentlich ganz wohl hier. In Reihe 34. Was macht eigentlich der Herr Wüst? Mit meinem Kerzen kriege ich noch Getränke umsonst. Sag mal, hast du, Annalena, hast du noch Freikarten? Für ein Wasser. Für ein Wasser, genau. Ohne Sprudel. 0,22 Liter. Ja, schade eigentlich. Aber tolle, tolle. Aber ja, also hat mich irgendwie noch mal so ein bisschen, dann plätter ich so meine heißgliede FAZ durch und sehe Nebeneinkünfte und denke, stimmt, ja, also auch ein Thema. Aber den Fynn Kliemann da, das doch. Herr Dr. Lettschert, haben Sie noch Themen, die Sie innerlich und äußerlich aufwühlen? Ja, wir haben ja, wir haben ja, das Coronavirus hat ja einen Freund bekommen. Ja, die Affenpocken. Ach, die Affenpocken. Ach, die Affenpocken. Die Affenpocken. Das darf man ja gar nicht in dieser homosexuellen Klischee-Stimme sagen, weil... Pride Week. It's Pride Week, darling. Die Affenpocken. Ja, und... Aber irgendwie, sagen wir, es ist eine Krankheit der Homosexuellen. So wird es auf jeden Fall angesprochen. Es will... Entschuldigung, ja. Ja, na klar. Immer truff auf die Schulen, immer truff. Also, ich will dem geneigten Publikum sagen, ich bin ja selbst schwul. Und in der Tat, in Berlin wurden die Affenpocken-Fälle, die es gab, glaube ich, Richtung Berghain, also da ist ja auch ein Schwulenklub, das Lab, in dem es in der Tat heiß hergeht. Also, das ist quasi ein Zwinger-Club für Schwulen. Aber dieses legendäre Bergheim, das ist ein Club, da läuft Techno oder wird rumgebumst? Das weiß ich nicht, was im Bergheim ist. Ob der Techno läuft? Aber neben dem Berghain, also auch in dem Gebäude, gibt es auch noch einen schwulen Club. Ach so. In der Tat. Und da wird Techno gehört und rumgebumst. Genau. Und da sind wohl auch, oder generell hat man halt festgestellt, dass ich glaube, zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt, alle gemeldeten Fälle eben bei Homosexuellen aufgetreten sind, die eben auch in Frankfurt im Übrigen auch eine Schwulensauna besucht haben, weil eben da sehr offensiv Sex betrieben wird. Und da ist natürlich für ein Virus das nicht nur, es wird auch durch engen Körperkontakt, also Schwitzen und so, Haut übertragen, aber es wird eben auch durch Schleimhäute etc. übertragen. Und jetzt wird ja in der Szene sehr groß rumgeklagt, dass eine Stigmatisierung erfolgt. Meine Meinung dazu ist, ich kann auf der einen Seite verstehen, also man hat es über Aids natürlich, also man wird da natürlich sehr erinnert, aber ich glaube, viele derer, die sich heute beschweren, haben die Aids-Zeiten, in denen also wirklich ganze Freundeskreise wegstarben und wo man ja überhaupt nicht wusste, wie damit umzugehen, überhaupt nicht erlebt. Das ist jetzt eine Unterstellung, das entzieht auch nicht ihre Meinung, also das sie dürfen ja trotzdem sagen. Aber ich muss sagen, wenn mir heute jemand sagt, pass auf, die Affenpocken haben wir vor allem in schwulen Clubs festgestellt, wo eben Sex stattfindet, ist das für mich eigentlich als schwuler Mann eine wichtige Info. Ja, weil wenn ich jetzt als schwuler Mann sagen würde, ich besuche diese Clubs oder ich gehe da gerne hin in Saunen oder wie auch immer und dann kommt jemand, du, wir wollen dir nur sagen, dass du eben beim schwulen Sex bisher die Infizierten, die wir hatten, das waren eben Homosexuelle, die sich eben auch infiziert haben, dann ist das ja erstmal kein Stigma, sondern eine Information. Entschuldigung. Also wenn ich zu dir sage, du pass mal auf, der Wein, den du da trinkst, zehn Leute, die ihn getrunken haben, von denen sind neun, sind da krank geworden, ich meine, da stirbt ja keiner von, auch von Affenpocken nicht, dann wäre das für dich ja auch erstmal eine gute Info zu sagen, okay, dann trinke ich den Wein mal nicht und du würdest wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, jetzt wird da dieser Wein stigmatisiert. das Wein nicht damit, oder Wein trinken, also es ist ein schwieriges Thema. Ja, aber es ist halt auch da wieder, es ist halt einfach dieses, wo ist ja hin, die Coolness, die Entspanntheit, also sozusagen, also ich bin dann glaube ich vielleicht auch als Vermittler dieser Information ein bisschen erschrocken, zu sagen, was ist denn, warum Stigmatisierung, warum greift du mich denn jetzt an, ich sag doch nur das, was passiert ist. Also es ist ja dann, ich glaube es ist fern von jeglicher Form von Schwul- und Lesendiskriminierung, sondern man sagt, okay, das ist jetzt noch nicht so lange da, wir haben es festgestellt, ich wollte Bescheid sagen, guckt vielleicht ein bisschen mehr auf euch, weil bei heterosexuellen Fickern haben wir es noch nicht gesehen oder so, aber es ist halt einfach dieses, es geht, also die Raketen gehen momentan immer so schnell nach oben, also es ist irgendwie, mir fehlt gerade so ein bisschen bei all den Themen, die wir so haben, so ein bisschen dieses, hey, weißt du, also oder du hast halt, andererseits hast du dann bei, wie bei so einem Thema bei Corona, diese Abgestumpftheit, dass Leute ins Büro kommen und sagen, ist ja Maskenpflicht, wo ich sage, was ist denn das für eine Frage? Also setz die Maske auf, wie du es für richtig empfindest, du und ich ziehe die Maske auf, auch wenn keine Maskenpflicht ist, weil die Zahlen einfach da sind und es gibt viele Fälle drumherum, die irgendwie Corona infiziert sind und verschiedene Dings und ich trage das, aber also ich finde, also allein diese, dass jemand in ein Büro reinkommt und die Maske trägt oder nicht trägt anhand von einer Vorgabe, sagen, ich stelle das doch einfach für dich selbst, also wenn ich jetzt dir sage, es ist keine Maskenpflicht, lässt du die Maske aus, ja, aber es geht doch auch um Corona und die Zahlen und logisches Denken und so, finde ich ein bisschen erschreckend, finde ich ein bisschen schräg. Und da wurde sie, also da habe ich sie nicht getragen und bin gut durchgekommen. Das ist natürlich überhaupt kein Maßstab, aber in der Tat habe ich es auch in der letzten Zeit so ein bisschen schleifen lassen, obwohl ich es durchaus richtig finde, dass man sie trägt. Zumindest sollte man die nicht doof angucken oder machen die eine Maske tragen. Ja, ja, ja. Das steht ja jedem frei. Konzerte, ach Corona. Konzerte, was gab es denn für Konzerte? Es gab einmal Udo Lindenberg in der Frankfurter Festhalle, sehr, sehr schön. Wir werden keine Preise gewinnen als Udo Lindenberg-Imitation. Nein. Dann waren wir vierte Verschiebung bei den Pet Shop Boys. Das heißt, der vierte Termin wurde es dann Pet Shop Boys in der Festhalle? Pet Shop Boys in der Festhalle, genau. Ah, nee, in der Jahrhunderthalle. Oh. Das war wunderschön. Die haben ein super Konzert hingelegt. Ganz toll. Weißt du, dann gehörst du, oder wie soll ich das sagen? Genau. Itza, itza. Itza-sen. Ist das so? War das der Text? Wir haben heute irgendwie, ist das mein Internet heute oder dein Internet? Dein Internet, du hackst so ein bisschen oder geht es dir momentan gesundheitlich nicht gut? Nee, du hackst aber auch manchmal hier. Ja. Muss mal gucken. Also, das Bild hackt so ein bisschen. Naja, das heißt wie, dann war ich bei Beppi, der hat seinen 60-jährigen, seinen 60. Geburtstag in der Alten Oper nachgefeiert, war volle Hütte. Und Standing Ovations. Sehr amüsant. Und Standing Ovations, war sehr schön, genau. Und dann war ich in Bad Vilbel noch in zwei tollen Konzerten oder in zwei eine Tanzvorführung einer Ballettschule. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie ein bisschen langweilig an und es war ganz grandios. Emil und die Detektive wurde gespielt. Von welchem Orson du hast du so gespielt? Oh je, das ist die dortige, ich glaube vom Sportverein, die Tanzgruppe. Aber da waren 100 Leute, die waren da beteiligt und die haben da monatelang, um nicht zu sagen jahrelang, gebrochen. Also super, super toll. Und das letzte war von der evangelischen Kirchengemeinde oder von einer der in Bad Vilbel, das Chorical, also es war ein Chor-Musical, Martin Luther King. Die Geschichte von Martin Luther King? Genau. Wunderbar. War wirklich ganz toll alles, ja. und nach Lindenberg und Pet Shop Boys war die Corona-App rot, aber ich habe immer 30 getestet natürlich und mein Test blieb weiß, sozusagen. Aber ich gebe dir schon recht, in der Tat sollte man sich schon überlegen, dass man gerade bei großen Menschenansammlungen, bei Konzerten finde ich es halt schwierig, weil man singt mit und so. Aber gut, so war es. Sehr empfindenswert ist übrigens, ich war ja auch das eine oder andere Konzert bei Moses Pelham in der Butch Cup. Oh. Ja, das war ein bisschen anstrengend, weil wir hatten irgendwie, also die Leute, das war eher so, man hatte das Gefühl, dass viele nicht da sind wegen seiner Musik, sondern wegen, einfach um so ein Happening, weil das so, man geht zu Moses P in der Butch Cup und wir hatten neben uns das komplette Konzert, das habe ich noch nie erlebt, neben uns drei, drei Burgen, die haben während des Konzerts durchgesprochen, die haben zwei Stunden lang, die, also ich habe auch zwischendurch gebeten, mal ein bisschen, aber die haben zwei Stunden lang sich gegenseitig, das Arbeitskollegen waren, weiß ich nicht, aber die standen neben uns und haben einfach zwei Stunden durchgequatscht, wo du sagst, da wird das, das ist, da wird das ein bisschen, also der Hörgenuss wird da ein bisschen gestört, oder ist so ein bisschen, sagt, wie kann man denn auf ein Konzert in zwei Stunden durchquatschen, finde ich, finde ich interessant. Das hatte ich bei Udo Lindenberg, da stand neben mir einer und ich, also der hat ja riesen LED-Wände, so dass du sowieso immer alles siehst und wir hatten aber so einen Blick auf den, auf den Stage-Steg, der da so ins Publikum reinging und ich habe Lindenberg immer doppelt gesehen, also beziehungsweise die Leute auf der Bühne, nämlich einmal durch meine Augen und einmal durch das Handy meines Nebenmannes. Der hat wirklich, ich sag mal, der hat 70 Prozent dieses Konzerts, hat der nur auf seinem Bildschirm gesehen. Der hat das dann auch nicht hingehalten und gedacht, komm ich halt hin und guck mit meinen Augen aber das Original an, sondern der hat dann ständig auf seinen Bildschirm gestarrt, auf seinen Handy-Bildschirm und hat das Ding wirklich zu, naja, ich sag jetzt mal 70 Prozent, hat der wirklich auf seinem Handy-Bildschirm erlebt. Da hatte ich letztens ein Video gesehen bei TikTok war es, glaube ich, von einem deutschen Rapper, das ist so ein Assi-Rapper, ich müsste nochmal nachreichen. Du hast ja gesagt, deutscher Rapper. Und dann war der auch bei so einem Konzert und dann irgendwie hat er gesagt, alle, die jetzt, wie heißt der nochmal, Finn, nee, nicht Finn, ich reiß nach, ich hab ihn vor Augen oder was. Nee, nee, irgendwie so ein mittelmäßig Bekannter, der macht es auf Assi-Rapper, also auf so Assi-Assi, ist er, ich reiß nach und er hatte nur mit, alle, die jetzt dieses Konzert sich angucken und dabei ihr Handy in der Hand haben und filmen, die sind Hurensöhne. Söhne einer Mutter. Was sollen wir jetzt großartig verkomplizieren? Sag doch, wie es ist. Ich reiche den Namen dafür. Und Elton John, Elton John, ähm, in der, ja, im Waldstadion. Ach, cool. fucking impressed. Also, es war wirklich, äh, eine, eine, eine absolut runde, perfekt einstudierte Show. Äh, jeden, wirklich jeden Ton getroffen, geile Musik. Der ist mittlerweile Mitte, ich glaub, 76 ist er, äh, 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 aber als, als, ich war ja schon immer ein Elton John, ich hab den auch schon früher gehört, immer, also in Phasen, dann Elton John gehört mit seinen Songs, ähm, wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckend mit Mitte 70 noch so auf der Bühne abzugehen. Also, das war schon ein großes Kino. wirklich. Ja, ein bisschen wie Lindenberg, da ist wirklich auch alles einstudiert, aber Elton John ist natürlich noch mal, ähm, ja, der Sir Elton John, Grand Seigneur sozusagen. Also Udo auch, aber Elton John hat noch mal eine andere, hat noch mal eine andere Aura, keine bessere, keine schlechtere, eine andere. Äh, hab ich euch auch ein bisschen drum beneidet, weil, äh, auch noch ein Stadionkonzert, ne, Waldstadion. Geil, also wir hatten auch Glück mit dem Wetter und den Temperaturen und so und ich war ja mit meinen, mit meinen Schwiegereltern dort und, äh, also es war wirklich von der, von der Stimmung her, es war wirklich, der Sound war am Anfang ein bisschen schräg, also irgendwie hatten sie es dann, äh, im Lauf des Konzerts hatten sie es ein bisschen optimiert, so die ersten zwei, drei Songs waren so ein bisschen dröhnend und so, aber, die, die Tickets natürlich sind haupteuer, ich glaube, ein Ticket irgendwie 140 Euro kostet, ähm, aber da ist es ja wirklich so, dass man davon ausgehen kann, dass der, der hat jetzt auch gesagt, er hört dann einfach bald auf und will Zeit mit seiner Familie verbringen und, ähm, also wirklich, wirklich schwer beeindruckend und, äh, und ganz großes Kind. Ich wollte mal, Hase, fragen, wie, wie schaut es mit der Eintracht aus? Was sagen wir denn zur Eintracht, zur aktuellen Situation von unserem Heimatverein? Ja, also Hinti fand ich schade, aber auch sehr ehrlich, ähm, muss ich sagen, und hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass er da ja tatsächlich auch seelisch so ein bisschen am, am, am Abgrund war und, äh, klar, dann, wenn die Presse jemand auf den Kicker hat, hat es einen auf den Kicker, das finde ich immer ein bisschen schade mittlerweile, äh, bei aller berechtigten Kritik, aber es ist genau diese Nachtreterei und dann tun sie alle so, ja, und da kann man jetzt, also die, die Journalisten auch, ja, und es ging ja darum und es ging ja nicht und hin und her, ich finde, ähm, die vierte Macht wird mir langsam etwas unheimlich und ich mag sie nicht mehr so sehr, äh, weil sie unsere Gesellschaft wirklich, äh, spaltet, also nicht nur, dass wir genug Arschlöcher haben, die das, äh, sondern wir haben auch eine Presse, die sehr drauf gieren, äh, solche Arschlöcher zu zitieren, äh, trotzdem fand ich es von Hinti cool und klasse, wie er, ja, das kommuniziert hat und bei Götze war ich mir nicht so ganz sicher, ob das, ich weiß, ich kann den, ähm, der Götze ist ja irgendwie so, ja, dieses One-Hit-Wonder hätte ich jetzt beinahe gesagt, ja, also der hat Deutschland zur WM geschossen, äh, 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 oder das One-Shoot-Wonder und, und dann hat man eigentlich nur noch Negatives über ihn gehört, vor allem über charakterliche Dinge irgendwie, ähm, ich kann es gar nicht mehr so wiedergeben, aber das ist das, was in mir so nachhalt, ich finde ihn ein sehr sympathischer Typ, äh, ich kann ihn fußballerisch gar nicht einschätzen, er hat ja bei Borussia, glaube ich, gespielt, äh, und dann in den Niederlanden die letzten, die letzten Jahre, genau, die letzten zwei Jahre, und jetzt ist er, glaube ich, äh, so ein bisschen angeschlagen, oder fängt jetzt für ein Training wieder an, ich, ich, ich weiß es nicht, also, ich, ich kann es wirklich nicht beurteilen, äh, ich, ich habe den Götze immer so ein bisschen als Posterboy in Erinnerung, und, äh, und die Eintracht-Leute sind, sind ja eher so, so, so Schaffer, also, aber das ist vielleicht jetzt auch total ungerecht. Ne, wir hatten ihn, wir hatten ihn im Absatz-Podcast, äh, ehemaliger Kinderstar genannt, weil er so ein bisschen, weil er, Starboy, liebe ich euch, Mama, ist, äh, ja, weil er irgendwie natürlich, das ist natürlich einfach auch krass, wie, wenn du, wenn du, wenn du abends daheim abkühlst, auf der Couch sitzt, irgendwie dir eine Pizza reinpfefferst, und weißt, du hast 2014 das entscheidende Tor geschossen, um Fußball-Deutschland zum Weltmeister zu machen, also, boah, also, so eine Last wollte ich nicht tragen, ähm, aber ich finde, er hat, er hat gut die Kurve bekommen, der ist jetzt, also, wir hatten ja dann gestern das Gespräch mit dem, mit dem Pressesprecher von der Eintracht, und der hat auch gemeldet, also, der ist, der ist gesettelt, der ist angekommen, der ist mittlerweile 30, hat, bei Dortmund und Bayern hat er es versucht, da kam er nie so richtig, auch wegen den Trainern wahrscheinlich nicht, in Schwuche den Tritt, zwei Jahre Holland, hat ihm gut getan, und jetzt, äh, hat er die Möglichkeit, A, in der Bundesliga zu spielen, B, bei einem geilen Verein, und C, in der Champions League, äh, 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 ich bin sehr gespannt, als Fußballer ist er herausragend, also, als Fußballer ist er wirklich, ist er, er kann ein Spiel echt gut lesen, er hat, äh, tolle kreative Ideen, und kann Räume schaffen, äh, was wir, ähm, was wir, ähm, zuletzt bei mit Younes hatten, der so ein bisschen so der kreative Kopf war, ich bin sehr gespannt, ich hoffe, wünsche ihm, dass er verletzungsfrei bleibt, ich glaube, von der Mentalität, vom Charakter passt er gut rein, in die Stadt, in den Verein, verletzungsfrei bleiben, und ich glaube, mit dem Glasner hat er auch einen guten Trainer, der sehr, sehr, sehr verständnisvoll ist, und so ein bisschen so ein Hauch von Herbergsvater hat, ähm, da bin ich sehr gespannt, ja. Finde ich sehr schön, dass Glasner bleibt. Ja, ja, auf jeden Fall, also. Aber was ist mit Kostic? Och, das ist so ein Running-Gate, das hatten wir auch gestern als Thema, man weiß es immer noch nicht, man, das ist so ein bisschen wie bei, wie bei Lewy, bei den Bayern, sagst, ja, ach, das ist so ein Punkt, da würde ich als Erwachsener, man bei all der Kohle, und bei all dem Business und der vermeintlichen Größe dieses, dieses Imperiums, dieses Fußball-Imperiums, dass du irgendwann mal selbst sagst, lass mich mal so 14 Tage ein bisschen mit, mit schwanger gehen und drauf rumdenken, und dann treffe ich eine Entscheidung, aber jetzt, da geht es so viel um Befindlichkeit, und wer hat wann, wie, was am Tisch gesagt, und ich habe, ich habe das Salz verlangen, habe Pfeffer bekommen, das war nicht aufmerksam, und so, ja. Darum geht's. Darum geht's, um Salz und Pfeffer. Darum geht's, Salz und Pfeffer. Also, ich wollte ganz kurz noch, mit der Frage auf die Zeit, ich wollte ganz kurz dich noch mal fragen, kannst du mir ein bisschen erklären, was da gerade in Amerika passiert? Also, gerade Thema, alles. Abtreibung. Abtreibung, Waffen, 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 man kommt nicht mehr hinterher. Naja, in Amerika passiert, dass der Trump einen, wie ich denke, sehr republikanischen, obersten Gerichtshof installiert hat. Man muss sich fragen, wer schützt eigentlich die Menschen vor der Justiz? Das gilt in Deutschland. Die haben einen 6-3, oder steht's bei denen im Supreme Court? Weiß ich gar nicht. Auf der 6-3 haben sie. Und es gibt ja auch in Deutschland immer wieder Fälle, wo man wirklich sagen muss, wer schützt uns eigentlich vor Richtern und Staatsanwälten? Weil da wird ja mittlerweile, in Frankfurt ganz aktuell, ja auch gelogen, betrogen, geschmiert gemacht. Und die Presse, glaube ich, ist sich ja einig darin, dass gegen die Mehrheit des Volkes eine laute, ja Minderheit jetzt nicht, aber nicht die Mehrheit der Republikaner einen Religionsstaat da eigentlich errichtet. Und das ist nicht gut. Absolut, ja. Finde ich nicht gut. Und dieses, also du hast halt echt das Gefühl, dass die Amis irgendwie sich ins Jahr 1700 schwarz-weiß, also erstes Thema Abtreibung, wo du sagst, was ist denn, warum, wieso, weshalb und dann dieses völlig absurde, abgefuckte Dreckswaffenrecht? Wo du sagst, da kann jeder, jeder Spätpubertierende, der einen Hang zur Depression hat und Mikropimmel, kann an die Tagesstelle gehen und sich eine Knarre holen und einfach Leute wegschießen. Einfach weil er... Und Umweltschutz, Umweltschutz wurde ja auch ad acta gelegt. Kann jetzt jedes Bundesland für sich machen. Das heißt, Texaner scheißen drauf. Das ist ja verrückt. Die wollen ja Öl verkaufen, die wollen fracken und was weiß ich. Und Trump will das übrigens auch für die Wahlen haben. Der will das, dass jeder Bundesstaat, dass für sich selbst entscheiden kann, wie er den Präsidenten wählt. Sagst Freunde der Sonne, da kommt aber noch, der Trump ist ready für 2024 und der Biden schwimmt nur hinterher und sagt bei der 19. Pressekonferenz zum 20. Mal, wir müssen das Waffenrecht verschärfen, das kann so nicht weitergehen. Ja gut, ich meine, der Biden ist natürlich auch 115 Jahre alt. Das ist natürlich auch, die hätten vorzeitig vielleicht mal die Harris ins Amt schubsen sollen. Ich weiß es nicht. Die sind auch schon ein bisschen im Schatten, oder? Also in den deutschen Medien ist Harris gar nicht vertreten. Ja, aber das ging ja dem Pence auch so. Das ging den Biden, glaube ich, auch so. Das ist ja so bei den Amerikanern. Wobei in der Presse immer häufiger zu lesen ist, weil Amerika und China sind ja so die Großmächte, die sich da ja, die da im Grunde stellvertretend auf vielen Terrains sich bekriegen. Und in der Presse liest man schon, also jetzt nicht morgen, nicht übermorgen, vielleicht in 30, 50 oder 100 Jahren, aber im Grunde sind diese Imperien rum. Also die werden sich selbst abschaffen. Aber gut, das ist ein Thema, da kann ich gar nichts zu sagen. Da gab es einen schönen Moment mit Barack Obama vor kurzem bei irgendeiner Veranstaltung, hat er eine Rede gehalten und Biden und Harris standen neben ihm und er fängt die Rede an mit Dear Mr. Vice President und alle fangen an zu lachen und immer so that was a joke, that was a joke und den beiden direkt so ja, ich stehe bei mir der Vice President. Jetzt nicht mehr, aber wenn sie das sagen, that was a joke. Wäre sehr gut gefallen. Hase, ich wollte nochmal drauf aufmerksam machen, wie wunderbar ich deine, die quasi Shortwörchen von Schmetterlinge im Kopf finde, die einmal, der Rhythmus ist einmal die Woche raus, kommt glaube ich immer freitags, oder? Ja, dankeschön. Ja, also Freitag, Samstag, Sonntag, so in dem Range, je nachdem, wie ich es in der Tat schaffe. Aber genau, ja, vielen Dank. Sehr, sehr, sehr liebevoll produziert. Wie dann brauchst du da zum Produzieren, wenn so eine Folge dann fertig ist? Einen halben Tag. Ohlala, das hört man. Also echt schöne Töne. Jetzt letztens der, der Scholz, haben sie darauf eine Antwort? Ja, können sie die geben? Nein? Nee, könnten sie da was zu sagen? Ja, könnte ich. das war's. Danke, Herr Bundeskanzler. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Also sehr, sehr empfehlenswert, wenn ich das in deinem Format mal sagen darf. Also diese kurze, da freue ich mich immer sehr drauf. Postet das ja auch regelmäßig beim Upside-Podcast. Und also sehr empfehlenswert, wer so ein bisschen sich informieren will und vielleicht manchmal nicht so die Zeit hat zum Zeitung lesen oder nicht so ein News-Junkie ist wie der Herr Letcher und ich, bestens aufgehoben. Vielen Dank und das Gleiche gilt natürlich, was Fußball angeht, für den Upside-Fußball-Podcast mit wirklich immer geileren Gästen und auch immer wieder tollen Büchern im Übrigen, die ihr ja auch vorstellt, die meistens was mit Fußball zu tun haben, aber dann auch mal so out of the box, wie wir sagen. So ist es ja und die in der Regel komplett nicht gelesen werden und es wird einfach nur improvisiert, aber das ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Also von zehn Fußballbüchern habe ich zehn nicht gelesen, kann ich Ihnen alles was sagen und dann improvisiert man so ein bisschen vor sich hin, darf natürlich keiner hören. Deshalb tolle Bücher, tolle Fußballbücher, kauft sie alle, die wir bisher beim Upside-Podcast präsentiert haben. Wir haben die Zeit dafür, die Dinge zu lesen, guckst halt die Spiele und musst natürlich auch noch ein bisschen arbeiten und Sport machen und so und dann hältst du das Buch einfach hundertmal in die Kamera und zeigst dir mir, ey, guck mal, wie es aussieht, das Buch. Ich halte es in die Kamera, nochmal in die Kamera. Ich habe es aber gar nicht gelesen. Das ist doch ein Ringbuch, ich sehe es doch. Ja, genau. Aber wie schaut es denn aus? Wollen wir quatschen wieder? Aber das war ja mal wieder, also eine Stunde, nur wir zwei. Ich habe jeden Moment gelesen. Ach, ich auch. In diesem Sinne, ihr lieben Leute, bedanke ich mich bei meinem Podcast-Kollegen Stefan Hertlein. Mit Applaus für den Geschäftsführer, CEO, CIU und Mutter ohne Brust dieses Podcast. Mit Applaus für Joachim Joletschak. Wuhu! In diesem Sinne, gehabt euch wohl, wenn ihr uns sehen wollt, schaut es auf YouTube, wenn ihr uns nur hören wollt, schaut es auf Spotify und Co. Und wenn ihr uns gar nicht hören wollt, dann, ja, lass es bleiben. jetzt zu spät. In diesem Sinne, vielen Dank. Auf bald. Fußball-Frauen-EM, du weißt Bescheid. Ich liebe es. Jeden einzelnen Spielzug. Schönen Feierabend. Schmetterlinge im Kopf, der Podcast mit Jo Lettschart. Geschafft. Hat's gefallen? Hast du Fragen, Wünsche, Kritik? Dann schau auf lettschart.net oder schreib an jo at lettschart.net und immer dran denken, böse Menschen haben keinen Podcast. Na ja.